Guten Morgen zusammen, eine neue Woche beginnt. Es ist Montag, der 16. Februar, wir haben es 9.20 Uhr und ich starte guter Dinge in die neue Woche. Heute 13 Uhr bin ich wieder im Büro in der Bouché-Straße in Treptow und werde da bis 19 Uhr arbeiten und im Anschluss habe ich heute einen schönen Serienabend mit Ada und Jasper in Neukölln. Das ist ja da um die Ecke. Ich glaube, da muss ich gerade mal 5 Minuten oder 10 Minuten zu Fuß hinlaufen. Das ist echt super. Und das werde ich versuchen, jetzt jede Woche so einzurichten, dass ich dann zumindest Montag oder Dienstag dann auch im Büro bin. Ja, was steht die Woche noch so an? Donnerstag ist die 500. Sneak-Preview im Sinistar am Potsdamer Platz. Freitag kommt Ingo nach Berlin. Samstag, Sonntag werden wir uns ausgiebig mit Ingo beschäftigen. Das heißt, wir werden mal wieder DSA spielen, Rollenspiel. Am Sonntag werden wir in den Spieleverein gehen, ein bisschen Star Trek Attack Wing spielen. Also ein sehr verspieltes Wochenende steht an. Ja, ansonsten fällt mir jetzt erstmal spontan nicht ein, was ich noch so für Termine habe. Ich treffe mich mit Christoph zum Frühstück oder Mittagessen, je nachdem, wie man es nimmt. Am Donnerstag ist das und ich muss die Tage jetzt noch ein paar Telefonate erledigen und ein bisschen rummailen, nachhaken für Angebote, die ich rausgeschickt habe. Ja, und das ist es eigentlich. Dann kommt gut in die neue Woche. Wie gesagt, heute ist Montag. Viele mögen den Montag ja nicht, Wochenende vorbei und so. Ich bin da relativ neutral eingestellt. Jede Woche muss ich irgendwann mal wieder anfangen. Und das tut sie heute. Und ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und melde mich dann morgen wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020